Nun werden auf den Musterseiten die ersten Objekte angelegt. Diese Objekte sollen dann auf allen Seiten erscheinen, die auf diesen Musterseiten basieren. Da Sie ja nun mit mehreren Ebenen arbeiten, ist es nicht nur wichtig, dass Sie die Seiten entsprechend auswählen, auf denen Sie arbeiten, sondern auch die Ebenen, damit alles eben auf den richtigen Ebenen später erscheint und in der Stapelreihenfolge natürlich auch stimmt. Das heißt, Dinge, die hinten liegen sollen in Ihrem Layout, müssen auf unteren Ebenen erstellt werden. Im Moment ist diese obere Ebene aktiv. Das erkennen Sie an diesem kleinen Federsymbol. Das heißt also, die Elemente, die Sie jetzt erstellen würden, würden auf der oberen Ebene sein und alles, was sich auf diesen Ebenen befindet, würde darunter liegen. Die Musterseitenelemente, die wir jetzt erstellen, sollen aber hinten liegen, denn es handelt sich um Farbflächen und die sollen natürlich hinter den Inhalten angeordnet sein. Daher gehen Sie auf die Ebene Mustervorlage unten und erstellen diese Rahmen. Auch hier befinden sich alle Angaben zu Maßen und Farben. Im Buch Keine Angst vor Innendesign. Nehmen Sie das Rechteckwerkzeug oder den Rechteckrahmen. Das ist egal, um diese Rahmen zu erstellen. Da wir die Ausrichtung am Raster ausgewählt haben, geht das Ganze relativ einfach. Dieser erste Rahmen soll das Farbfeld Wüstengelb erhalten. Das haben wir hier. Und es soll auch noch seine linke obere Kante gerundet werden. Auch da wieder in Objekteckenoptionen. Und hier gehe ich in die linke obere Ecke und runde die. Damit ich diesen Rahmen nicht noch einmal erstellen muss, erstelle ich eine Kopie. Das ist einfach. Sie greifen den Rahmen bei gedrückter Alt- und Umschalttaste und verschieben ihn nach rechts. Hier muss nun an der rechten Seite der Rahmen erweitert werden, damit er eben korrekt in den Anschnitt geht. Auf der rechten Seite bekommt der Rahmen eine andere Farbe, nämlich das Alice White. Im oberen Bereich benötigen wir nun noch einen hellgrauen Balken. In diesen Balken kommt dann später die Schrift hinein. Und auch dafür ziehe ich hier einen Rahmen auf. Und gebe ihm das Farbfeld schwarz. Und damit er eben tatsächlich hellgrau ist und der Hintergrund durchscheint, muss er jetzt eine Transparenz bekommen. Unter Fenstereffekte stellen Sie die ein. Auf 25 Prozent. Und auch hier nehme ich diesen Rahmen und drücke mit Alt- und Umschalttaste und verschiebe ihn nach rechts. Da noch einmal reinzoomen. Das ist nicht ganz genau. So passt es. In diese Rahmen kommt nun Text hinein. Und um diesen Text zu setzen, da zoome ich jetzt mal etwas hinein. Dazu benötigen wir einen Textrahmen, den ich hier aufziehe. Und verschiebe diesen Rahmen nun auf den grauen Balken. Mach den etwas schmaler. So, dass er genau auch an dieser Seite über diesen beiden eingerichteten Spalten sitzt. In diesem Rahmen wird nun die Seitenzahl und dazu noch ein Inhalt eingegeben, ein Textinhalt. Mit einem Doppelklick gehe ich da in den Textbearbeitungsmodus. Für die Seitenzahl gibt es einen speziellen Buchstaben, den Sie eingeben müssen. Ein spezielles Zeichen, das ist von InDesign so vorgegeben. Und wenn dieses Zeichen gesetzt ist, kann InDesign automatisch die korrekte Seitenzahl einblenden. Dazu gehen Sie unter Schrift, Sonderzeichen einfügen, Marken, aktuelle Seitenzahl. Diesen Kurzbefehl können Sie sich natürlich merken, damit Sie ihn später einfacher eingeben können. Hier wird als Kürzel jetzt INT angegeben. Dieses Kürzel, das haben Sie ja für die Musterseite eingegeben. Sehen wir uns das noch einmal an. Hier sehen wir dieses Kürzel INT. Später wird es allerdings durch die korrekte Seitenzahl ersetzt. Nun soll noch der feste Text eingegeben werden. Und damit der in demselben Textrahmen rechtsbündig gesetzt wird, drücken Sie die Umschalttaste und dazu Tab. Und nun erhalten Sie einen Text, der wirklich immer rechtsbündig läuft. Und geben da Ihren gewünschten Text ein. Die schönsten Ziele für Ihren Traumurlaub. Nun muss das Ganze noch formatiert werden. Ich wähle es dazu alles aus und gebe die Schriftart ein. Hier nehmen wir wieder die Garamon Pro und zwar Bold in einer Schriftgröße von 15 Punkt und in der Farbe Papier. Und das Gleiche brauchen wir auch auf der rechten Seite. Ich werde auch dafür eine Kopie erstellen, wieder mit Alt- und Umschalttaste und verschiebe das nach rechts. Und noch ein Stück. Und hier muss nun ein etwas anderer Text hinein. Die Seitenzahl brauchen wir aber. Deswegen werde ich es einfach hier auf der rechten Seite löschen. Gehe mit dem Cursor nach links und gebe den anderen Text ein. Das ist die Website, die hier eingegeben wird. Und auch da soll diesmal die Seitenzahl rechtsbündig sitzen. Deswegen drücke ich da wieder Shift und Tab. Und habe jetzt das Ganze korrekt ausgerichtet. Sehen wir uns das noch einmal an. Hier sind diese beiden Musterseiten. Jetzt gehe ich mal in die Seitenpalette. Die Musterseite ist ja hier schon zugewiesen. Mit einem Doppelklick komme ich da drauf. Und hier sehen Sie in der Anwendung die Musterseite auf einer Inhaltsseite. Und Sie sehen an der Stelle, dass die Seitenzahl korrekt ersetzt wurde. Nun erstellen wir gleich noch ein weiteres Musterseitenpaar, basierend auf dieser Seite bzw. einfach ähnlich. Es soll nur eine kleine Abwandlung erzeugt werden. Und um das zu erstellen, wählen Sie die beiden aus und ziehen Sie über diesen Button Neue Seite erstellen. Hier sehen Sie die Musterseite. Und die bekommt jetzt einen anderen Namen. Da gehen Sie wieder in die Musterseitenoption hinein. Das Präfix ist TXT und der Name Text. Auf dieser Seite soll die linke Seite auch die blaue Farbe erhalten, nämlich Alice White. Und diese Hintergrundfläche soll in der Mitte ganz anschließen und dafür natürlich auch keine abgerundete Ecke erhalten. Deswegen nehmen Sie das einfach raus. Nun haben wir auch das vorbereitet und Sie können daran gehen, die Inhalte zu erstellen. Dann réponden Sie unter perpettern und das in der Mitte stehen.